Kapitel 2 Richtige Einstellung zu den Dingen, die wir nicht kontrollieren und nicht verändern können Es wird immer Situationen geben, die man nicht unter Kontrolle hat. Auch als Magier, obwohl man viele Zufälle zu seinen Gunsten schieben kann und viel Unvorhersehbares vorhersehbar machen kann, muss man mit Überraschungen rechnen. Das Wichtigste ist, das Unkontrollierbare nicht als Feind, sondern als Freund zu sehen. Aus jeder Situation kann man etwas lernen. Durch jeden Fehler lernt man ebenfalls. Nur derjenige, der viele Fehler gemacht hat, hat viel gelernt. Für einen Magier ist immer nur wichtig, dass man alles gemacht hat, was möglich war. Wenn ja, ist alles super, auch wenn es nach außen hin absoluter Mist ist. Es ist nicht selbstverständlich, diese Einstellung zu haben, aber sehr wichtig. Habe ich alles getan, was ich tun konnte? Wenn ja, ist alles super. Habe ich alles gelernt, was ich lernen konnte? Wenn ja, ist auch eine nicht bestandene Prüfung absolut in Ordnung. Ich akzeptiere die höhere Macht als meinen Freund und weiß, dass es für etwas gut ist. Habe ich alles getan, um mich mit dem Freund zu versöhnen? Wenn ja, dann ist alles okay. Auch wenn er es nicht angenommen hat. Es ist mir klar, dass man eine solche Einstellung erst richtig hinbekommt, wenn man sich an sein früheres Leben erinnert hat. Und wenn für jemanden das Wort Karma Realität ist. Karma ist das Gesetz von Aktion und Reaktion in der spirituellen Welt. Man kann und soll aber auch vorher diese Einstellung trainieren. Kann ich es verändern? Wenn ich es möchte, mache ich mir einen Plan, was in meiner Macht und Möglichkeit steht. Wenn nicht, lasse ich es los für diesen Moment. Vielleicht in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren werde ich etwas tun. Oder im nächsten Leben. Und wenn nicht, dann akzeptiere ich es. Es geht hier um die richtige Nutzung von Energie und Zeit. Es ist sinnlos, sich wegen Dummheiten andere aufzuregen und somit sich selbst zu schaden. Mein Urgroßvater war in Amerika und ist aus Pennsylvania nach 20 Jahren harter Arbeit als einziger in die Slowakei zurückgekehrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mein Opa enteignet und musste ins Gefängnis. Offizieller Grund? Er hat in der Kneipe gesagt, dass die Zeit kommt, in der alle Kommunisten von Gott für ihre Taten bestraft werden. Das hört sich wie ein schlechter Witz an. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus haben wir ca. 100 Euro als Entschädigung bekommen. Mein Vater war als Feind des Kommunismus eingestuft und konnte deshalb keine richtige Schule besuchen und keine gute Arbeit bekommen. Mein Vater ist dann in eine kommunistische Partei eingetreten, um doch noch das Abitur zu machen und dadurch eine bessere Arbeit zu bekommen. Dann kam der Prager Frühling und er konnte nicht gegen sein Gewissen sprechen, sodass er sich öffentlich gegen die Intervention der russischen Armee ausgesprochen hat. Das hat das Ganze noch verschlimmert und er wurde aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen. Auch wurde er als Gefährder für die Gesellschaft eingestuft. Er versuchte in Alkohol und Zigaretten Trost zu finden und ist dann im Alter von 45 Jahren gestorben. Natürlich hat es weder ihm noch uns etwas genützt. Damit wurde alles nur wesentlich schlimmer. Ein Jahr vor seinem Tod war der Kommunismus schon Geschichte. Aber sein Körper und sein Geist waren so zerstört, sodass er das nicht mehr für sich nutzen konnte. Die Moral dieser wahren Geschichte ist nicht nur, trinken und rauchen Sie bitte nicht, sondern versuchen Sie das Beste aus Ihrer Situation zu machen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Den einen plagen die Schulden, andere ihre Gesundheit, wieder bei anderen ist die Beziehung am Ende. Aber was, wenn es irgendwo und irgendwann eine Lösung gibt? Was, wenn Sie eine neue Arbeit oder eine neue Geschäftsidee finden, wonach das Geld kommt? Was, wenn Sie ein Nahrungsergänzungsmittel finden, das Ihnen gesundheitlich hilft? Was, wenn Sie sich positiv verändern und Ihr Ex-Partner Ihnen eine neue Chance gibt? Was, wenn Ihr Traumprinz oder die Traumprinzessin doch kommt? Wollen Sie vorbereitet sein, um die Chance nutzen zu können? Oder wollen Sie sich bis dahin psychisch und physisch so zugrunde richten, dass die Chance ungenutzt bleibt? Mein Vater konnte auch nicht wissen, dass der Albtraum des Kommunismus 1989 endet. Deshalb tun Sie das Beste für Ihre Gesundheit, Fortbildung und spirituelle Entwicklung, was immer möglich ist. Auch wenn es momentan keinen Sinn ergibt, wird es irgendwann einen Sinn haben. Geschichte Sich richtig wünschen Es waren einmal eineige Zwillinge, beide hatten das gleiche Geschlecht, sahen sich so sehr ähnlich, dass man sie kaum voneinander unterscheiden konnte, waren sehr oft zusammen und haben sogar beide dasselbe studiert. Eines Tages hatten sich beide für die gleiche Stelle beworben. Es war die Stelle ihres Lebens. Der eine Zwilling hat sich gedacht, ich muss diese Stelle unbedingt bekommen und ging auch sofort zum Vorstellungsgespräch. Der andere dagegen hat sich gedacht, ich mache alles, um diese Stelle zu bekommen, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann bestimmt beim nächsten Mal. Und sollte es dann immer noch nicht klappen, dann soll es so sein und ich finde bestimmt einen besseren Job. Was meinen Sie, wer die Stelle bekommen hat? Natürlich der Zweite. Und wissen Sie auch warum? Weil der andere Zwilling sich durch seine Einstellung so sehr unter Druck gesetzt hat und diesen Job unbedingt haben wollte. Er hat dadurch sein Gleichgewicht verloren. Diese Einstellung hat verursacht, dass er nicht richtig schlafen konnte, nervös war, Angst hatte, geschwitzt hat und sogar ans Stottern geriet, sodass er beim Vorstellungsgespräch unnatürlich wirkte. Warum hat hingegen der andere, der sich von Anfang an dachte, dass es nicht schlimm ist, wenn es jetzt nicht klappt und dass es dann beim nächsten Mal funktioniert, die Stelle dann bekommen? Er ging sehr locker zum Vorstellungsgespräch, wirkte sehr natürlich und hatte keine Angst. So ähnlich ist es auch mit einer Beziehung. Wenn Sie sagen, ich muss meinen Partner in dieser Woche oder in diesem Monat finden, jetzt muss es funktionieren, dann werden Sie sich wie der erste Zwillingsbruder verhalten. Sie werden nicht richtig schlafen können, Sie werden Angst haben, Sie werden schwitzen, Sie werden stottern, Sie werden einfach unnatürlich wirken. Das ist ein großes Hindernis in einer Beziehung. Immer wenn man vor etwas Angst hat, dann zieht man genau diese Dinge an. Wenn ich Angst habe, dass mich jemand verlässt oder dass ich nicht gut bei dem anderen ankomme, dann werde ich auch nicht gut ankommen und diese andere wird mich dann auch irgendwann verlassen. Ohne Druck geht es auch in der Magie. Wenn wir magisch arbeiten, um der Beziehung eine neue Chance zu geben, dient Magie als eine Art Verstärker. Doch was haben wir von der Chance, wenn wir zum Treffen gehen, schwitzen, stottern, nicht ausgeschlafen und vom Stress völlig fertig sind? Was ist, wenn es nicht richtig läuft? Es gibt Tausende, wenn, aber, was, wenn. Versuchen Sie, sich bei dem Treffen oder wenn Sie jemandem bei Facebook antworten, ein bisschen Zeit zu nehmen und einfach das, was Sie tun oder wie Sie schreiben, selbst zu genießen. Es geht nicht darum, ob der andere mit Ihnen zufrieden ist, sondern ob Sie mit sich selbst zufrieden sind. Sind Sie mit dem, was Sie tun und sagen, zufrieden? Wenn ja, dann werden Sie diese Zufriedenheit als Freude empfinden und auf die andere Person übertragen. Doch wenn Sie voller Angst sind, werden Sie den anderen nicht anziehen. In Beziehungen ist Freude und Spontanität die Anziehungskraft. Warum wollen Menschen Zeit mit Kindern, mit Hunden oder Katzen verbringen? Weil Kinder, Katzen oder Hunde die Zeit im Hier und Jetzt genießen. Das Kind findet ein paar Stifte, malt und hat Freude. Gibst du dem Kind ein Stück Schokolade, hat das Kind Freude. Spielt es mit einem Spielzeug, hat es Freude. Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, das Kind hat trotzdem Freude. Genauso die Katze und der Hund. Doch wir werden immer komplizierter in unseren Gedanken, haben Angst, dass wir etwas verlieren könnten oder machen uns Gedanken, wie andere darüber denken. Helfen wir uns damit? Nein, damit helfen wir uns nicht. Deswegen ist immer unsere Empfehlung, bitte lassen Sie los. Loslassen bedeutet nicht, dass ich diesen Partner nicht will oder wie in dieser Geschichte diese Arbeit nicht will. Es ist in Ordnung, wenn Sie diesen Partner haben wollen und Sie sich gut darstellen möchten. Es ist auch okay, wenn Sie sich bemühen, die Dinge so zu tun, dass nicht nur Sie, sondern auch andere zufrieden sind. Genauso ist es, wenn Sie Rücksicht nehmen. Versuchen Sie, diesen Gedanken loszulassen, dass es jetzt sofort sein muss. Jeder macht Fehler. Sind aber Fehler wirklich Fehler, wenn sie als Fehler anerkannt werden? Wie oft muss ein Kind hinfallen, bis es laufen lernt? Wenn das Kind aber denken würde, ich versuche schon seit einem halben Jahr zu laufen und es geht nicht. Ich versuche es immer wieder und falle immer wieder hin. Ich mache ein paar Schritte und falle wieder hin. Oh mein Gott, ich bin schon zehntausend Mal gefallen. Sie werden lachen, aber so denkt kein Kind. Das Kind macht es wieder und immer wieder, bis es gelernt hat. So ist es auch mit dem Sprechen oder mit anderen Dingen. Genauso ist es auch in Beziehungen. Sie müssen zuerst sich selbst und auch den anderen kennen, um zu erkennen und das Gefühl zu haben, wie man spricht, wie man den anderen versteht, wie man die gleichen Zeichen deutet. Erlauben Sie sich auch Fehler, bleiben Sie locker. Fehler sind keine Fehler, wenn man aus ihnen lernt. Fehler sind notwendig, um von ihnen zu lernen. Versuchen Sie sich bei der Partnerschaft oder bei anderen Dingen so einzustellen, wie der zweite Zwilling, der gesagt hat, ich würde alles machen, um die Arbeit, Auto, Partner, Erfolg, Geschäft zu bekommen. Aber wenn es jetzt nicht klappt, dann beim nächsten Mal und wenn dann immer noch nicht, dann bekomme ich bestimmt etwas Besseres. Wenn Sie diese Einstellung zu Ihrer Arbeit, Partnerschaft oder was auch immer haben, wird die Dramatik Ihres Lebens zurückgestellt und Sie werden mehr Freude erleben. Woher wissen Sie, ob Sie die Arbeit oder Ihren Partner bekommen und Sie dann wirklich glücklich werden? Werden Sie wieder glücklich oder voller Angst sein, dass Sie die Arbeit oder Ihren Partner wieder verlieren? Sie brauchen nichts und niemanden, um glücklich zu sein. Wenn Sie Ihrer eigenen ewigen Seele durch die Meditation und Gebet näher kommen, werden Sie dieses nicht nur glauben, aber wissen. Die meisten Menschen, die ich kenne, wollen in einer schweren Lebenssituation mit Magie anfangen. Ob es sich um eine Krankheit, eine hoffnungslose Finanzsituation oder den Abschied eines geliebten Menschen handelt, sieht man in diesem Moment keinen Ausweg und denkt, dass nur ein Wunder oder ein Eingriff von außen helfen kann. Viele Menschen sind auch davon überzeugt, dass sie mittels geistiger Entwicklung oder der Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten negative Situationen und Hindernisse aus ihrem Leben räumen können. Und dann läuft alles glatt, so wie man es sich vorgestellt hatte. Ich kann diese Einstellung verstehen. Auch ich hatte sie teilweise. Auch ich wollte auf diese Weise die Angst vor dem Leben, davor, was kommt oder was passieren kann, beseitigen. Meine Erfahrungen haben mich zum folgenden Schluss gebracht. Es ist teilweise richtig, dass sich unser Leben mit geistiger Entwicklung verbessert. Oft müssen dann bestimmte Sachen gar nicht geschehen, weil wir während der Entwicklung gelernt haben, was wir lernen sollten und das Leben muss es uns nicht durch schmerzhafte Erfahrungen lehren. Es ist jedoch notwendig zu begreifen, dass man viele negative oder traurige Situationen nicht ausradieren kann. Es sind Dinge, die andere, nahestehende und geliebte Personen betreffen. Auch sie sind für ihr Leben und Schicksal verantwortlich und manchmal ist es nicht in unserer Macht oder Kompetenz, diesen Prozess zu beeinflussen. Am meisten offenbart es sich beim Tod. Wer einmal hier auf der Erde geboren wurde, muss hier auch eines Tages sterben. Das kann man nicht verändern. Der Tod kommt zu einem jeden von uns. Ich möchte meine persönliche Erfahrung mit Ihnen teilen. Eine schwere Krankheit, Sterben und der Tod der Mutter. Meine Mutter war eine Kämpferin. Sie wollte wirklich gesund werden. Sie hat alles versucht. Wir haben Heilrituale durchgeführt. Sie machte Chemotherapie, nahm natürliche Heilmittel, meditierte. Das alles verlängerte ihr Leben deutlich. Es hat jedoch den Tumor im Hals nicht aufgehalten. Eines Novembermorgens spürte ich, dass es keinen Weg zurück gab und dass der Kampf um Genesung zum Sterben geworden war. Ich bin ein Mensch, der sehr sensibel auf Leiden reagiert. Ich lehne jede Form von Leiden ab. Am wenigsten wollte ich, dass eine mir so nahestehende Person leidet. Es passierte etwas, das mir als Person absolut entgegengesetzt war gegen meine Überzeugung und meine Vorstellung darüber, wie die Dinge laufen sollten. Gleichzeitig spürte ich, dass alles so geschehen muss, dass das in den vorherigen Inkarnationen akkumulierte Karma sich ausladen muss. Und das passierte jetzt und auf diese Art und Weise. Also sah ich nur hilflos zu, ohne den Fall stoppen und sie heilen zu können. Kennen Sie die Tarotkarte Turm? Es ist die Karte der Destruktion, der Zerfall von allem. Und das geschah vor meinen Augen mit einem Menschen, der mir am nächsten stand. Meine Mutter verlor alles. Die Krankheit deformierte ihren Körper zu einer unmenschlichen Gestalt. Aber das Schlimmste war, in die Augen voller Leid zu sehen. Wir als Familie waren nicht fähig, uns zu Hause um sie zu kümmern. Also verlor sie auch ihr Zuhause. Sie starb in einem Hospiz mit einem Atemloch im Hals und einer Magensonde. In dieser Zeit passierten in mir tiefgehende wichtige Änderungen. Da ich ein aufs Geistliche trainierter und gerichteter Mensch bin, empfand und beobachtete ich die Dinge gleichzeitig. Mir war bewusst, wenn ich meinen Lebensstil, das Meditationstraining und mein Energieniveau nicht hätte, würde mich diese Situation psychisch für viele Monate fertig machen und vielleicht bei mir selbst eine Krankheit auslösen. Alte Sachen starben in mir und fielen ab. Ich nahm meine eigene Sterblichkeit sehr deutlich wahr, aber mein Vertrauen und der Glaube ans Leben und seiner Weisheit schienen klar, auch wenn ich als Mensch sehr gelitten habe. Ich hatte zwei Ebenen in mir. Ruhe und Vertrauen ganz tief und Trauer an der Oberfläche. Trotz der Dinge, die vor meinen Augen abliefen, habe ich meinen Glauben nicht verloren, dass Gott uns liebt und weiß, was er tut. Man sagt, dass was auf der Welt ist, das Gegenteil von dem ist, was wir bei Gott haben. Die Geburt eines Menschen ist der Tod der Seele und der Tod eines Körpers ist die Geburt unseres höheren Wesens. In einer Meditation habe ich das folgende Bild gesehen. Meine Mutter stand an einer Klippe am Meer und über dem Meer tobte ein Sturm. Der Himmel war schwarz und meine Mutter sah mich mit ernster Miene an. Je mehr sich der Zustand meiner Mutter verschlechtert hat, desto besser wurde die Vision. Am Ende, als meine Mutter schon kraftlos lag und das Ende nahte, sah ich in der Meditation ihre Seele. Jetzt schon in einem wunderschönen weißen Kleid mit leuchtenden Augen. Sie stand an der Klippe, das Meer war ruhig und der Sturm war weg. Das brachte mir große Erleichterung. Ich wusste, dass das schreckliche Leiden Freiheit für ihre Seele brachte. Ich habe festgestellt, dass es das Wichtigste ist, zu begreifen und anschließend anzunehmen, dass wir zwar bestimmte Dinge nicht ändern können, wir können aber unsere Reaktionen darauf beeinflussen. Vor allem, wenn es sich um Sachen handelt, die wir nicht wollen, die nicht passieren sollten, die schlecht oder unethisch sind. Dies ist ein grundlegender Punkt. Wirkliche Spiritualität heißt nicht, dass Sachen so passieren, wie wir wollen. Wir können dadurch annehmen und erleben, was uns vom Göttlichen vorgelegt und gezeigt wird. Wir müssen uns darüber nicht freuen oder es positiv hinnehmen, nicht mal versuchen, ganz über den Dingen zu stehen. Seien wir menschlich, weinen wir, wenn Trauer kommt, aber bleiben wir nicht lange in dieser Stimmung, weil Trauer zwar gesund ist, aber Hoffnungslosigkeit und Depression uns die Kontrolle über unser Leben aus den Händen nehmen. Das ist also eine Art, eine Sichtweise, wie man die schwierigsten Situationen, die uns das Leben bringt, bewältigen kann. Übungen Beginnen Sie noch heute mit der Meditation. Sie können unsere Meditationsaufnahme MP3 benutzen, die man kostenlos zum Beispiel hier anhören kann unter magierin-damona.eu-shop.html Oder Sie können sich bei unserem Newsletter anmelden und bekommen sie auch kostenlos als Dankeschön. In der Meditation geht es unter anderem eben darum, dass man lernt, die Sachen, die man nicht ändern kann, loszulassen und andere Dinge anzupacken. Zweitens Wenn Sie richtig Angst vor etwas haben, stellen Sie sich vor, was das Schlimmste wäre, das passieren kann und wie Sie es trotzdem bestehen können und noch davon profitieren. Zum Beispiel durfte ich Patrick Krabowski kurz kennenlernen. Auf einem Bild von ihm steht geschrieben Drei Jahre Knast, dreimal Pleite, Essen aus Mülleimern gesucht, war einmal Alki, beide Eltern früh verloren und du willst mir erzählen, dein Leben ist hart? Er ist nun Investor und Millionär. Buchempfehlungen und Videos 1. Birds in a Stone von Anastasia Novitsch 2. Auf YouTube Meditation meistern, zwei kritische Situationen überwinden, Meditation lernen und Freude gewinnen 3. Happy, Why More or Less Everything is Absolutely Fine von Darren Brown